Hallo liebe Freunde der magischen Unterhaltung. Was ich hier in der Hand habe, das erkennen die meisten mit Sicherheit schon als ein Paket Schnapskarten. Es kann aber auch was ganz anderes sein. Es kann ein ganzes Programm sein, ein ganzes Programm voller magischer Geschichten, unterhaltsame Effekte. Und wie das geht, was damit alles möglich ist, das zeige ich euch bei meinem ersten Sommerseminar am 6. Juli, Donnerstag, 6. Juli, um 17 Uhr hier in der Dreckbox. Ich freue mich auf euch!